So, willkommen zurück zum Armut aus Hull 2 Let's Play Wir haben hier nochmal eben so eine kleine Ortschaft eingenommen Vielleicht solltet ihr auch einfach mal auf die Straße fahren Ah, vorne kommt ja zum Glück eine Oh Gott, boah Oh, Kühle Zack Zack Wie eine Kuh weniger Tochter Abend Steak Okay Okay Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 1,2,3,2,5 2,4,3,5 3,5,5 1,2,5 Jetzt haben wir auch schon die nächste Ausschau wieder eingenommen. Oh, wenn wir nicht durch können, machen wir uns Platz heute. Oh, direkt auffallen. Okay, so. Kann ich denn jetzt wenigstens die Schnellreise benutzen? Nö, immer noch nicht. Ups. Und alleine? Auch nicht. Toll, muss jetzt die ganze... Wie geht's den Weg da hoch eiern oder was? Scheint ja fast so. Gut. Da hab ich das eingenommen. Kann ich mich ja als nächstes mal hier in diese Ortschaft hier trauen. Könnt euch mal dahin bewegen. Und ihr bewegt euch da hin. Und ihr bewegt euch da hin. Okay. Super. Dann stellen wir mal jetzt Fahrer ein. Speichern wir nochmal. So, dann wollen wir uns mal drum kümmern, dass wir nach Hause kommen. Also zum Hauquartier zurück. So. Und zwar... Wir haben ja hier so Hubschrauber. Da werden wir mal einen rufen. Ups. Als Unterstützung haben wir die ja gekriegt. Den mal. Und den schicken wir jetzt... Äh... Da hin. So. So. Und der wird uns dann gleich abholen. Der Hubschrauber. Da kommt er schon. Oh, das abzuholen. Und einsteigen da. Jetzt zwingen wir ihn dazu quasi zur Landung. Ja. 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 Ich glaube ich heile mich mal an dem erstmal. So. Oh, die Zeit haben wir noch. Und rein da. Gut. Okay. Dann... Oh. Was ist da denn passiert? Okay. Die haben das eingenommen. Sehe ich gerade. Das möchte ich aber nicht. Okay. Gut. Die nehmen das erstmal wieder ein. So. Und dann... Kann uns unser Hubschrauber... Äh... Mal... Da hinbringen. Alles klar. So. Transport klappt schon mal. Den Panzer lassen wir da stehen. Der ist sowieso halb Schrott. Und zurückfahren habe ich jetzt auch keinen Bock. Ja, es wird auch ein wenig dunkel. Wir haben es jetzt hier... Viertel nach sechs. Und es ist schon ziemlich dunkel draußen. Das heißt, wir werden auch gleich mal Nachtsichtbrille aufsetzen. Hat unser Teamkameraden eigentlich eine. Mal schauen hier. Die haben keine. Das ist aber schlecht. Ich glaube auch nicht, dass man eine kaufen kann. Mal schauen. Mal schauen. Okay. Okay. Die sind dahin unterwegs. Die bleiben da oben. Das ist auch gut so. Sonst... Wenn wir da mal nicht ein paar Einheiten stehen lassen. Dann... wird das ganz schnell wieder eingenommen hier. Okay. Wir sind auch gleich da. So. Landen tut er natürlich jetzt nicht. Dazu zwingen wir ihn aber. Ups. Den wir sagen, hier die beiden aussteigen. Der muss ja quasi landen. Und wir auch raus. Alles klar. Der kann jetzt hier auch nicht bleiben. Ist eigentlich einer von unseren Leuten. Ah. Der ist verletzt. Und der kann sich mal an den Hubschrauber heilen. So. Wir laufen schon mal. Ups. Muss hier noch nicht hin. Ah ja. Da. In... Das Hauptquartier. Glaube ich schon wieder falsch. Ich bin auf dem richtigen Pfad. Okay. Dann werden wir uns gleich nochmal Hubschrauber... kaufen. Und dann... Wenn wir zu der Insel fliegen. Und mal schauen, was für ein Lager das ist. So. Einheiten kaufen. Fliegende. So. Und leer schließen. So. Und leer schließen. Waffen kaufen. Kann man sich da Ausrüstung kaufen? Also nachts sich gerät mal nicht. Nee. Irgendwie nicht. Möchte ich denn ein anderes Gewehr haben vielleicht? Tja. Ich nehme mal das hier. Und dann noch ein... Okay. Die Stadt hat uns eingenommen. Dann noch eine RPG dazu. Und noch ein bisschen Munition. Das brauchen wir nicht mehr. Dafür kaufen wir eine Pistole mit Schalldämpfer. Und verbessern. So. Dann können wir jetzt auch mal Nachtsichtbrille aufsetzen. Jetzt wird das nämlich echt schon ziemlich dunkel. Jetzt macht er mal eben kurz automatisch speichern. So. Okay. Und die ganzen Einheiten... ...können sich jetzt mal hier hin bewegen. Okay. Gut. Dann suchen wir jetzt mal eben unseren Hubschrauber. Der steht da vorne. Ach so. Drei. Guck mal her. Drei. Drei Gruppen. Da steigen wir mal als Pilot ein. Und die Jungs hier... ...kommen hier rein. Okay. Manuel, das Feuer schon mal einstellen hier. Hey. So. Warten wir nochmal eben. Okay, speichern wir. Und dann machen wir hier nochmal einen Cut und sehen uns gleich im nächsten Part wieder. So. 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 Vielen Dank.